Hallo und willkommen bei Muss ich haben. Mobile Gaming ist ein seit Jahren stetig wachsender Zweig der Spielindustrie und sorgt immer wieder für neue Rekordumsätze. In diesem Video stellen wir dir Gadgets vor, mit denen du dein mobiles Gaming-Erlebnis erheblich verbessern kannst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Video. Die Steuerelemente bei mobilen Spielen sind dir zu klein und nerven dich? Kein Problem. Mit einem mobilen Gaming-Controller musst du dich nie wieder mit so etwas herumschlagen. Du verbindest den Controller ganz einfach mit deinem Handy und kannst loszocken. Mit diesem kleinen Wunderteil kannst du dein Smartphone im Handumdrehen in einen echten Gameboy verwandeln. Das Tolle dabei ist, dass du sogar deine alten Gameboy-Spiele verwenden kannst. Das Smartphone ist dabei der Bildschirm. Wenn dein Smartphone im Gamewise-Controller steckt, erinnert das Aussehen auf einmal stark an die Joy-Cons der Nintendo Switch. Leider unterstützt dieser Controller zur Zeit nur Apple-Geräte, weshalb Android-Nutzer leer ausgehen. Mit dem PS4 Remote Play kannst du Spiele von deiner Playstation direkt aufs Smartphone streamen. Das ist vor allem sehr nützlich, wenn der Fernseher mal wieder von jemand anderem blockiert wird. Dafür brauchst du nicht einmal einen neuen Controller, da du deinen normalen PS4-Controller ganz einfach für die Benutzung am Handy konfigurieren kannst. Dieser Joystick fürs Handy braucht nicht einmal einen Treiber, um zu funktionieren. Du presst ihn einfach auf die Stelle mit dem entsprechenden Steuerelement und los geht der Spaß. In ein VR-Headset wie dieses kannst du dein Smartphone hineinstecken, um VR-fähige Filme und Spiele auf deinem Handy genießen zu können. So kannst auch du dich in einen aktiven Vulkan begeben, ohne dabei Gefahr zu laufen, dich zu verbrennen. Genau wie Playstation-Besitzer verfügen auch PC-Spieler über die Möglichkeit, ihre Spiele vom heimischen Gerät aufs Smartphone zu streamen. Dazu benötigt man lediglich die richtige Software, wie beispielsweise Remoter. Dein Smartphone ist dir auf Dauer zu unhandlich? Dann besorg dir doch einfach einen Gaming-Grip. Der Griff macht Gaming um einiges komfortabler und bietet meistens sogar eine Stellverrichtung, die es dir ermöglicht, dein Handy in ein kleines Kino zu verwandeln. Welches Gadget fandest du am besten? Haben wir vielleicht ein anderes vergessen? Welche Spiele zockst du zurzeit auf deinem Smartphone? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, zeig es uns mit einem Daumen nach oben und wir machen einen zweiten Teil. Hier kannst du uns noch abonnieren und kommst zu den letzten Videos. Wir danken dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!